Herzlich Willkommen hier bei Wheel of MMA zu unserem Podcast. Heute gibt es die Preview für UFC 264, Conor vs. Paul Ray 3, Stephen Thompson gegen Gilbert Burns. Viel Spaß bei dieser Preview. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, Samstag auf Sonntag ist es soweit. Samstag auf Sonntag findet die Trilogie statt, auf die wir alle warten. Conor McGregor vs. Dustin Paul Ray 3 ist das Main Event von UFC 264. Quatschen wir vorher aber ein bisschen über die Main Card. Hier haben wir Sugar Sean O'Malley gegen Chris Moutinho als erstes. Eigentlich ein ziemlich solider Fight. Schade für Sean O'Malley, er hätte eigentlich gegen Louis Smolka kämpfen sollen. Jetzt hat er einen Kämpfer bekommen mit Chris Moutinho, der nicht einmal in der UFC ist. Also Chris Moutinho gibt hier sein UFC-Debüt, hat nur einen von seinen letzten drei Kämpfen auch gewonnen. Und für Sean O'Malley sollte das eigentlich ein ziemlich relativ lockeres Ding sein. Sean O'Malley ist 10 cm größer, hat 5 cm mehr Reichweite. Also Sean O'Malley sollte das ja gewinnen. Es wird vielleicht sein Ticket in die Top 15, aber natürlich ein Sieg gegen Chris Moutinho. Ja, zwei Niederlagen aus den letzten drei Fights, nicht mal in der UFC. Ja, ist jetzt auch nicht allzu viel wert. Dann haben wir Irene Aldana gegen Jana Kunitzkaya. Ist ein guter Fight, ändert aber nicht viel im Frauen-Bantam-Gewicht. Und dementsprechend kann man da auch nicht allzu viel sagen. Solider Fight zwischen zwei starken Kämpferinnen. Dann haben wir Taitui Vaza gegen Greg Hardy. Greg Hardy hatte beim Media Day von UFC 264, quasi bei der Pressekonferenz für alle Kämpfer außer McGregor und Porrey, da hatte Greg Hardy gesagt, er will definitiv einmal boxen gehen. Er will gegen Deontay Wilder gewinnen. Ja, große Ambitionen hat Greg Hardy allemal, aber erstmal muss er an Taitui Vaza vorbei. Greg Hardy ist größer, hat mehr Reichweite. Greg Hardy trainiert im American Top Team, also das ist auch nicht ohne. Nichtsdestotrotz muss Greg Hardy hier an einer wirklich starken Prüfung vorbei. Hardy sah gut aus gegen einen Jorgen de Castro, gegen einen Alexander Volkov, aber Greg Hardy sah schlecht aus, gegen einen Mastin Taibura. Greg Hardy hat quasi null Ground-Game, ist bei ihm nicht vorhanden. Und bei Taitui Vaza jetzt auch nicht wirklich unbedingt. Taitui Vaza, der vor nicht allzu langer Zeit noch gegen JDS und Blagoj Ivanov verloren hat. Und JDS und Ivanov sind beides Kämpfer, gegen die man gewinnen könnte im Heavyweight. Ja, ne, also Taitui Vaza hat es auch schwer, hatte jetzt zuletzt wieder gewinnen können. Zwei Kämpfe gegen Stefan Struve und Harry Hansacker. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Taitui Vaza diesen Kampf machen wird. Ich denke, Greg Hardy gewinnt. Dann haben wir das Co-Main-Event. Gilbert Burns gegen Steven Wonderboy Thompson. Ja, das ist so ein Fight, wenn man sich da mal Topology anschaut, dann wird er auch sehr stark nach Sympathie bewertet. Ich sehe Gilbert Burns als den kompletteren Kämpfer. Wonderboy, natürlich, wahnsinnig starker Striker, Karateker, wie auch immer. Hat gegen wahnsinnig starke Kämpfer auch gekämpft. Er hat gegen Whittaker gewonnen, er hat Whittaker ausgenockt. Er hat gegen Rory McDonald gewonnen. Er hat gegen Mars Vidal gewonnen und dann hat er in Unentschieden gekämpft mit Tyrone Woodley. Also, wenn es darum geht, wer die besseren Kämpfer gekämpft hat, dann ist es Steven Wonderboy Thompson. Auch wenn Wonderboy gegen Woodley verloren hat und Burns gegen Woodley gewonnen hat. MMA-Mathematik zählt nicht, weil Woodley gegen Wonderboy gekämpft hat, als er noch kein Rapper war. Wir wissen ja, wie es ist, ne? Woodley wurde Rapper, er wurde schlecht im Oktagon und dann hat auch Burns gegen ihn gewonnen. Aber Steven Thompson hat natürlich alles. Er hat wunderbares Striking, lange Arme, lange Beine, ist größer als Gilbert Burns und dementsprechend denken auch viele, dass er das macht. 75% bei Typology sind für Steven Thompson und es wäre natürlich wünschenswert. Steven Thompson, wahnsinnig sportlicher Athlet, ein wirklich guter Mensch, ein guter Charakter. Schaut euch seinen YouTube-Channel an, Steven Wonderboy Thompson. Steven Thompson, dem gönnt man einen Sieg. Ich sehe aber Gilbert Burns als den kompletteren Kämpfer, der auf dem Boden mehr drauf hat und der im Stand mehr Wumms hat. Steven Thompson ist so der Scharfschütze. Der schlägt dich und trifft dich und über die Zeit zermürbt er dich. Und Gilbert Burns, ja, der kann dich halt auch stocken. Der ist dann eher so die Dampfwalze, die da über dich heruntergerollt kommt. Und dann kommen wir auch zum Main-Event. Conor McGregor vs. Das Empowery 3. Was soll man dazu sagen? Es ist ein Rückkampf von einem Fight, den wir im Januar gesehen haben. Und genau dieser Fight im Januar gibt dann schon ganz gute Tendenz dazu, wie dieser Kampf jetzt auch aussehen wird. Es wird weniger Calf-Kicks geben, es wird mehr Striking geben von beiden und es wird, denke ich persönlich, mehr Ringen geben. Conor McGregor ist im Stand der Besseren. Conor McGregor ist im Stand nahezu unbesiegbar. Aber ich weiß, Pori hat ihn ja quasi im Stand besiegt, ne, durch diese Calf-Kicks. Vergessen wir aber mal diese Calf-Kicks. Und spannend sind übrigens auch diese Topology-Predictions. 63% sind für Pori, 37% sind für Conor McGregor. Unterschätzt mir Poris Ground-Game nicht, der Typ hat sieben Siege durch Submission. Unterschätzt mir nicht, wie stark Pori auf dem Boden ist. Der findet eine Submission, wenn er will. Er hat schon einen Kämpfer zum Tappen gebracht, zum Abklopfen gebracht. Conor McGregor auf der anderen Seite ist genauso ein Sniper wie Wonderboy mit der nötigen K.O. Power. Conor McGregor ist ein Sniper mit Knockout-Power und hoffentlich auch mit Ausdauer. Das wissen wir nicht. Wie ist die Ausdauer von McGregor? Das wissen wir nicht. Dafür gingen seine letzten Kämpfe nicht lang genug. Und genau das sind die Fragen, die Samstag auf Sonntagnacht geklärt werden. Ich denke, Conor McGregor gewinnt. Ich denke, er ist der bessere Kämpfer im Stand, der viel bessere Kämpfer. Pori, natürlich, ehemaliger Champion, gar keine Frage. Conor McGregor aber ebenso. Conor McGregor sogar Double Champion. Jose Aldo ausgenockt und dann gegen Andy Alvarez. Also dieser McGregor-Alvarez-Fight, das war die beste Leistung von McGregor, die er je in einem Oktagon gebracht hat. Und Conor McGregor kann das gewinnen. Das in Powerway wird von vielen unterschätzt. Und genau deshalb bin ich so gehypt auf diesen Fight. Was denkt ihr, wer gewinnt? McGregor oder Powerway? Folgt Willove MMR auf Instagram. Schreibt eure Prognosen unten rein. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Hören wir uns am Sonntag, wenn dieser Kampf war. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.